Freunde gibt es überall. Geschrieben von Ulrike Fischer und illustriert von Miriam Specht. Musik Dicke Regentropfen platschen vom Himmel. Vom Fenster ihres neuen Kinderzimmers kann Millie die ganze Kastanienstraße überblicken. Sie sieht viele schöne Häuser mit Balkonen und Türmchen dran. Ganz am Ende der Straße gibt es einen Park mit einer Skatebahn. Unten schleppen zwei Möbelpacker Umzugskisten ins Haus. Auf dem nassen Bürgersteig steht jetzt nur noch Mamas Stehlampe mit dem grünen Schirm. Jäumuna الأول في منزelنا الجديد Sie sagt Milly, sie hat sie verletzten. Die Arnab-Tabse ist der Schaden. Die Schaden ist größer und größer aus dem Kniem. Die Mutter und die Eltern haben mit ihnen alle die Äthäe, bis die Karte und die Schaden, und die Schaden und die Schaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017